Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wie immer auf meinem Balkon und auch wieder am Sonntagmorgen, so wie letzte Woche. Falls ihr euch eigentlich fragt, warum ich immer auf meinem Balkon sitze. Mein Schreibtisch ist schwarz und ich finde das als Hintergrund einfach nicht so schön. Und außerdem bin ich hier auf dem Balkon umgestört, keiner kann mir zuhören, keiner nervt mich. Während ich bastel und deshalb eben der Balkon. So, wir dekorieren diese Woche nach, also die laufende. Dann lassen wir wieder den Sonntag frei, weil wir ja noch nicht wissen, was wir heute machen. Das hier war die letzte Woche, bei der ihr hoffentlich dabei wart. Und ja, jetzt dekorieren wir diese Woche hier. So. Okay. Ich habe mir ausnahmsweise mal was zu trinken mitgenommen. Okay. Diese Woche ist jetzt nicht so viel passiert, deswegen müssen wir mal schauen, was wir so machen. Und ich habe mir auch noch nicht wirklich was rausgesucht, was ich hinkriegen möchte. Zumindest in den oberen Teil der Woche, weil da ja immer ein Stück frei bleibt. Ja, was nehmen wir denn da? Ich habe ja neu tatsächlich eins von diesen, wie heißen die nochmal? Ich habe es vergessen. Dieses hier. Vielleicht passt das. Es kamen diese Woche auf jeden Fall H&M-Klamotten, also dazu passt es vielleicht. Dann hebe ich mir das mal lieber auf für den Tag, an dem das kam. Und was machen wir jetzt an den Montag? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, das hatte ich nämlich schon mal genau so gemacht. Das mache ich dann nicht nochmal. Okay. Vielleicht lassen wir es erstmal frei und gucken mal, was so passiert. So, am Montag war ja frei. Da war ja Feiertag. Und offensichtlich war ich mit den Kids auf dem Spielplatz. Wie ich mir das jetzt wirklich günstig markieren kann, ich weiß es nicht. Aber, äh, ich habe hier so cute Wolken und noch einen anderen Spruch, den ich nicht brauche. Zack. Aber vielleicht die Wolken. Habe ich zumindestens überlegt. Oh, voll reingeschnitten in die Wolke. Ah. Naja. So. Zack. Vielleicht ein bisschen kindisch, aber geht schon. Und so. Und so. Nicht, dass da schon wieder eine blaue Wochendecke wird, aber... Ah. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ups. Okay. Dann kam am Dienstag meine Bestellung von Alex an. Und... Ja, da wäre das natürlich logisch. Also ich kann da einen von ihren Stickern hinzutreiben. Wie geht's euch so? Was habt ihr so gemacht die Woche? Was macht ihr gerade, während ihr mein Video schaut? Welcher Tag ist das, während ihr mein Video schaut? Ich werde das heute noch hochladen. Also heute am Sonntag. Aber ich muss es natürlich gleich erst schneiden. Und... Äh... Dann... Muss ich mal schauen, wann das denn online ist. Das dauert ja immer so seine Zeit. Und... Äh... Ja. Es haben sich übrigens eine ganze Menge Menschen daraufhin gemeldet, dass ich in meinem letzten Video erwähnt habe, dass ich die, ähm... Ja, die Teile meiner Planersammlung da abgebe. Und dann haben sich halt ein paar gemeldet. Und... Ähm... Ja, jetzt... Mal schauen. Mal schauen. So. Dann... Am Mittwoch hatten die Kinder im Kindergarten, äh, Fototermin. Also eigentlich nur die Große, aber ich hatte das ja im letzten Video schon erzählt. Eigentlich nur die Große. Und die Kleine konnte halt so ein Geschwisterfoto auch dazukommen. Und, äh... Das haben wir natürlich direkt gemacht. Denn, äh... So Fotos vom Fotograf, das ist ja doch nochmal... Was anderes, als wenn man immer nur zu Hause die Fotos selber macht. Und... Ja. Dann, äh... Jetzt so einen Rahmen. Ich weiß ja nicht. Das ist mir jetzt gerade in die Hände gefallen. Und würde ja auch passen, ne? Zum Fotografieren oder zum... Einrahmen quasi. Ja. Und ich freue mich immer... Total, dass sie mir so... So unglaublich liebe Kommentare schreibt. Weil, äh... Man sieht immer nur bei so einem YouTube-Video die ganzen Aufrufe. Dann weiß man nicht. Gucken die Leute sich die... Die Videos an? Oder schalten die direkt wieder aus? Oder was machen die? Weil... Man kann das ja auch nicht... Also man kann das ja überhaupt nicht festmachen, ob das denen jetzt gefällt. Auch nicht, wenn die einen Daumen nach oben gehen. Klar, das ist schön und das ist auch wichtig. Aber, äh... Nur so bei so einem Kommentar kann man irgendwie wirklich sagen, was, äh... Ob das dem anderen jetzt gefallen hat. Und, äh... Ja, dann freue ich mich immer... Wenn meine ganzen... Planner Buddies und auch Menschen, die ich noch nie, äh... Mit denen ich noch nie gesprochen habe, mir halt eben schreiben und fragen... Oder was sagen oder was fragen oder so. Und, äh... Ja, das ist ganz, ganz cool. So viel Resonanz. Okay. So. Damit bin ich noch nicht so zufrieden. Aber... Ich weiß nicht so wirklich, was ich da sonst hinkleben soll, muss ich sagen. Hm. Wäre so ein richtiges Spielplatz-Tape? Habe ich natürlich logischerweise nicht. Ja. Da hört es dann schon auf. Dieses wunderschöne Tape wäre ja auch mal wieder... Klasse, wenn es zum Einsatz käme. Klasse, wenn es zum Einsatz käme. Klasse, wenn es zum Einsatz käme. Ja. Warum nicht? Klasse, wenn es zum Einsatz käme. Okay. Dieser Bereich. Oder dieser. Ja. Nee, das ist schon gut so. Okay. Dann will ich die Wolken aber glaube ich nicht mehr haben. Oder? Ist doch ein bisschen kitschig. Und den dann aber mittiger. Ich hatte ja vorher, also ich meine, ich habe ja meinen eigenen Planer genäht und das war direkt nachdem ich gemerkt habe, dass der große in A5 nichts für mich ist. Also ich habe mich vorher gar nicht erst großartig rumprobieren müssen mit Planern und was weiß ich. Ich habe dann einfach gewusst, ich will einen Planer in Personal und ich habe dann gewusst, wie der aussehen soll und dann habe ich den halt genäht. Und deswegen hatte ich nie original Filofax Einlagen. Aber ich muss zugeben, dass die mir echt am liebsten sind. Die sind, also ich weiß nicht, die machen das alles mit und die sind zwar dünn, aber ich finde die super. Also ich würde nie wieder irgendwie jetzt umsteigen und ich werde mir auch fürs nächste Jahr wieder Filofax Einlagen kaufen, weil ich finde die einfach gut. Doch, grün passt, weil ich will ja hier noch das Tape in der Hoffnung, dass das funktioniert hinkämen. So, ich label mal schnell. Das überspule ich euch, aber ihr kriegt Musik dahinter. So, ja, dann bin ich sicher wegen hier der, aber lassen wir die mal für den Moment. So, dann hatte ich Donnerstag meinen freien Tag und ja, ich musste da meine Schwiegermutter, die hatte ein akutes Augenproblem und war beim Augenarzt gewesen. Und der hat ihr gesagt, sie müssen sofort in die Uniklinik nach Bonn, was ja von uns eine gute Stunde entfernt ist. Mein Mann war auf der Arbeit, sie selbst konnte nicht Auto fahren, weil die Augen halt kaputt waren. Und es hatte halt auch sonst keiner Zeit, deswegen musste ich fahren oder bin ich gefahren. Das ist ja für mich kein Müssen, ich mache das ja gerne. Ja, und dann musste ich halt eben kurzerhand los und sie nach Bonn bringen. Und ja, damit war dann quasi auch der Tag dann vorbei. Das war, ich habe ein bisschen in den Tag hineingelebt, weil ja mein freier Tag war und als dann mein Mann auf der Arbeit war, war ich dann gemütlich mit dem Hund draußen. Und plötzlich kam das dann so auf mich zu und dann war es halt vorbei mit dem gemütlichen Tag. Und da könnte man ja sowas hier hin kleben, weil das ja auch farblich ganz gut passt. Geil. So, Radigummi. So. Okay. Ihr könnt mir ja mal erzählen, wie ihr so eure Washi-Tapes aufbaut. Das würde mich ja echt brennend interessieren, muss ich sagen. So, denn... Ne, ich will hier nicht ein ganzes hin kleben, weiß ich jetzt schon. So. Denn die gängige Methode des Washi-Tapes aufbewahren, also der Samples aufzubewahren, ist ja tatsächlich diese Sustrene-Gräne-Karten. Und, äh, als ich jetzt kürzlich meine ganzen, meine, also alle, wirklich alle meine Samples umgewickelt habe, weil ich die ja hier in diesen, ähm, Ordner tun wollte, habe ich gemerkt, wie grässlich eigentlich diese Sustrene-Gräne-Karten sind, weil am Ende die letzten 10 cm ziehen komplett die Rückseite oder die Vorder-, also vor allem die Rückseite der, äh, der Karte ab. Also diese Klebefolie oder was auch immer, also diese Folie, die da drauf ist, die bleibt komplett hinten an dem Washi-Tape hängen. Und das hat mich, also mich hat das Rasen gemacht. Ich musste fast von jedem Tape irgendwie dann das Ende wegschmeißen und von manchen Tapes habe ich ja wirklich nur so ganz winzige Reste. Ja, und da war ich dann, äh, schon ein bisschen, äh, traurig. Aber gut, jetzt ist es so. Und, ähm, ja, dann geht's weiter am Freitag. Da war ich, äh, arbeiten. Ich arbeite ja jeden Tag. Und als ich nach Hause kam, ähm, musste mein Mann schlafen. Der hatte dann wieder Nachtschicht. Und dann haben wir, ähm, wir im Wohnzimmer getreten, die Kids und ich. Und dann kam die H&M-Bestellung, die wir jetzt schon fast vor zwei Wochen gemacht haben oder so. Da waren hauptsächlich Klamotten für die Kids drin. Auch so ein paar Teile für mich. Ich aber, wie gesagt, hauptsächlich für die Kinder. Und jetzt ist halt die Frage, ob ich das hier wirklich aufkleben will. Oder ob ich das lieber nicht will. So ein BH will ich mir jetzt nicht unbedingt da reinkleben. Da waren auch hauptsächlich Kleider für die Kinder drin, wie gesagt. Die haben jetzt fünf, sechs Outfits, die komplett gleich sind. Und das ist so süß. Meine, also meine Geschwister und ich, wir sind früher auch immer komplett gleich rumgelaufen. Und die Leute in der Schule haben uns, also die anderen Kinder in der Schule, die haben uns dann immer gefragt, Ah, seid ihr Zwillinge? Obwohl wir halt so voll im Kopf unterschiedlich groß waren, ne? Aber, ähm, das hat mich damals voll genervt. Aber heute finde ich es total süß, wenn die Kinder alle das Gleiche anhaben. Und dann so rumlaufen wie so Zwillinge. Das ist total goldig. Und das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es überhaupt die Möglichkeit gab, dass die Kinder das Gleiche anziehen können, weil die überhaupt die gleiche Größe erst erreicht haben. Also die gleiche. Die haben nicht die gleiche Größe. Aber dass die überhaupt beide Kinderklamotten tragen können. Vorher ist das ja getrennt in Baby und Kind. Und dann hat das zweite Kind irgendwann endlich die Kindergröße auch erreicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefällt. Ich kann das immer erst entscheiden mit den Labels drauf. Und, ähm, ja. Ich hab überlegt, hier ist so ein Fahrrad drauf, ob ich das Fahrrad da hinkleben will. Also hier zum Spielplatz. Meine Tochter fährt immer Fahrrad. Aber ich weiß es jetzt nicht, ob ich das will. Wird ein bisschen voll dann, ne? Wenn das jetzt hier unten wäre, wäre es okay, aber... Aber ich will das ja schon tagesspezifisch zuordnen. Ich mag das ja. Das war ja vorher gar nichts für mich. Ich hab immer vordekoriert. Und auch im Hobonichi Weeks, da dekoriere ich immer vor. Aber hier in dem Planer, weil das eigentlich nur so ein Planer ist, den würde ich niemals mit rausnehmen. Der ist mir viel zu schade, weil dieses Nuvo-Kleder einfach so schön ist. Da dekoriere ich halt eben nach drin. Und dann kann man nachher mal durchblättern und hat hübsche Dekos. Und trotzdem noch so ein bisschen Erinnerungen. So, dann waren wir einkaufen gestern. Dazu habe ich eigentlich immer... Klebe ich eigentlich immer hier dieses von einem Tape, das ich besitze. Die... Ja, die Sachen hier so hin. Außer einkaufen ist gestern nämlich auch nicht viel passiert. Wir waren... Ich war auf der Arbeit von 12 bis 16 Uhr. Mein Mann hatte vorher geschlafen. Der kam aus der Nachtschicht. Mal wieder. Und... Ja, dann habe ich halt eben gearbeitet und als ich dann nach Hause kam, sind wir dann ziemlich direkt einkaufen gefahren. Und das war Großeinkauf, logischerweise. Und ja... Als wir dann fertig waren, hatten wir ja noch nicht wirklich was gegessen. Und dann sind wir zum Dönermann gefahren. Nicht zum Dönermann unseres Vertrauens, sondern zum Dönermann in unserer Nähe. Aber der Dönner war nicht schlecht und alle waren satt. Und dann sind wir heim und haben die Einkäufe ausgeräumt. Und ja, dann war Bettzeit irgendwie. Mein Mann war super müde, weil er morgens nur vier Stunden geschlafen hatte oder so. Und die Große war auch schon müde. Ist auch direkt eingeschlafen. Und die Kleine hat noch stundenlang rumgehampelt. Dann habe ich einen Livestream geguckt von Kalenderly. Der war sehr schön. So ein ganz heimeliger Zwei-Personen-Livestream. Aber sie hat ihre Woche dekoriert und das war ganz cool ihr dabei zuzugucken. Und ja... So, da sind wir ja schon am Sonntag. Da ja noch nicht passiert ist. Wir überlegen noch was wir machen. Wir wollten vielleicht ein bisschen... Ja, wir wollten zu einem Freizeitpark oder so fahren. Aber wir wissen es noch nicht so genau. Mal gucken. Dann fehlt uns noch ein Tape. Für hier oben, richtig? Und uns fehlt das hier. Ich mache das mal kurz und spiele euch wieder Musik ein. Okay. Also, wie gesagt, Sonntag noch nicht passiert. Notiz fällt noch frei. Was machen wir also? Diesmal ist es ja ziemlich grün geworden. Jetzt weiß ich aber nicht, wo sich dahin kleben soll. Wieder Häuser werden ja doof. Also, was machen wir? Ja, jetzt bin ich ein bisschen... Oh, vielleicht, vielleicht könnte ich ja endlich mal... Ich habe das hier irgendwie noch nie benutzt. Ich benutze ja immer nur Teile draus. Und dann klebe ich sie eigentlich immer zurück. Also, irgendwie habe ich das Tape hier noch nie benutzt. Passt das? Passt das? Ich weiß es nicht. Mein Gott. Was passiert das hier? So. Ja, was sagt ihr? Passt das oder passt das nicht? Nicht wirklich, oder? Ganz ehrlich, nicht wirklich. Ich nehme. Ich nehme. Musik Musik Freunde, ich bin komplett überfordert und weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe noch kein Mädchen aufgeklebt. Vielleicht rettet mich das. Aber ich denke nicht. So, natürlich das hier. Und dann doch ein Mädchen. Ich komme schon ein bisschen nach unten. Hier hat mir ein bisschen zu rote Wangen. Ich glaube, ich klebe tatsächlich dieses Tape hier. Und dazu finden wir jetzt schon noch ein geeignetes Mädchen. Ja, jetzt gibt es nicht mehr so viel zu erzählen, muss ich zugeben. Ich hoffe, dass mir das hier gefällt. Ich bin sehr, sehr, sehr unschlüssig gerade. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht einen Rahmen kleben soll. Das wäre auch noch eine Idee. Können wir gleich auch noch ausprobieren. Das Video zieht sich unnötig in die Länge gerade. Aber es ist ja Sonntag. Ihr habt ja alle Zeit, richtig? Sehr schön. Zu grün. Hier würde ja perfekt passen, weil die auch nur so klein ist, oder? So, ich habe hier noch diese Tape. Das müssen doch... Boah, ich sage jetzt nicht. Ich habe gerade aktuell wieder eine neue Serie angefangen zu schauen. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Serienmensch. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komplett an mir vorbei gegangen. Aber ich habe als erste Serie Game of Thrones geguckt und habe jetzt vor ein paar Tagen eigentlich durch Zufall angefangen Stranger Things zu gucken. Und mir gefällt das ganz gut, weil das so gruselig ist. Ich mag gruselige Sachen. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt. Und ja, wie gesagt, das ist sehr gruselig. Zumindest ist es der Anfang. Aber ich finde die Serie ganz gut. Und ja, was guckt ihr denn so aktuell? Guckt ihr Serien? Oder seid ihr mehr so, äh, ne, Serien sind nix für mich? Man ist ja auch so ein bisschen an Filme gewöhnt, ne? Die enden dann halt nach anderthalb Stunden. Man hat so ein absehbares... ein absehbares Ende. Und bei Serien gibt es das ja irgendwie nicht. Das geht ja irgendwie immer, immer, immer weiter. Und äh... Das kann dann schon mal ganz schön nervenaufreibend sein. Wenn man damit nicht seinen ganzen Tag zubringen will. Also weil ich könnte ja mit Kindern niemals tagelang irgendwie eine Serie durchsuchten. Das geht hier überhaupt nicht. Aber manche machen das ja. Habt ihr alle kein Leben? Eine rhetorische Frage. Ihr müsst darauf nicht antworten. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Kann man die in der Mitte sitzen? Ne, ne? Man setzt doch nix in die Mitte. So hin, hä? Und ich glaube, ich setze sie da hin. So. Damit wir dann jetzt auch endlich mal dieses Video beenden können. Und ich habe gehofft, ich hätte alles mitgenommen, aber ich habe wie immer mein Loch vergessen. Ich muss die kurz holen. So. Schnell lochen. Zack. Zack. Und hier ist noch eins voll. Zack. Okay. Dann würde ich sagen, heften wir das jetzt mal in den Planer. Gucken wir, dass es uns dann gefällt. Das war ja wieder mal sehr unentschlossen heute. Aber, ich glaube, dass mir das Ergebnis trotzdem ganz gut gefällt. Was sagt ihr? Wie findet ihr es? Also, ich finde es ganz gut. Hab ich alles aufgeklebt? Ja. Hab ich dann alles gedacht? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und mir hier fleißig gesagt habt, was ich machen soll. Als ich komplett verzweifelt war. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Video. In der Mitte der Woche gibt es bestimmt wieder eins. Ansonsten nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Die Woche wird es in der Mitte der Woche aus. Die Woche im Dunkel ist gekommen. Und von kurzs. Dreherst du auf.